Hallo zusammen, ich begrüße euch zum nächsten Trailer. In der Beschreibung sieht es jetzt hier ja selbst, wenn ihr Eltern das Tragen von Masken bei euren Jungen, sprich Kindern, nicht unterbindet, dann vergewaltigt ihr euer eigenes Fleisch und Blut. Sehe ich nach wie vor so. Das ist natürlich jetzt hier das Haupttopic im Hauptfilm, aber da gibt es dann noch einiges anderes. Und wer das dann schauen möchte, sehr gerne bei Bitschut, bei VK, die sich den Trailer bei Wakenews.tv aufrufen, den entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann gelangt ihr zu eurer gewünschten Plattform. Aber wenn ich das jetzt hier nochmal sehe, das macht mich einfach wahnsinnig traurig, schockiert mich, macht mich fertig. Und wenn ihr es denn dann schauen mag, dann vielleicht bis gleich. Also und übrigens, das hier bin ja ich als Künstler, als Beethoven vor dem Herrn. Weiß ich gar nicht, was ich da auf die Tafel gekristelt habe, da war ich so im Alter, glaube ich, von 4, 5. Aber auf jeden Fall war das auch irgendein Weihnachten und ihr wisst ja, wie ich zu Weihnachten jetzt mittlerweile stehe. Also nochmal, dann vielleicht bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.